Freitag, der 11. Oktober, der schönste Tag im Jahr. Warum, das zeige ich euch jetzt. Lange drauf gewartet, seit Januar dran gearbeitet. Heute ist es endlich da. Ich freue mich. So, Sprachstück Nummer 1, halte ich schon mal in den Händen. Ich suche jetzt aber noch ein größeres Schätzchen, nämlich die Vinyl-Variante. Die Haube muss stehen. Ist nicht schlecht, ne? Auch nicht schlecht. Ah, klar. Sehr, sehr schön. Doppel-Vinyl, 11-Tracks. Ein wunderschönes Cover. Das ist wirklich ein Prachtexemplar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017